hallo und herzlich willkommen bei bad.gamble ich bin heute auf die art nach dem ticket und heute habe ich das spiel hero wars mal wieder ich habe sie gerade schon heruntergeladen ich habe jetzt gerade noch nicht geschaut ob ich schon angemeldet bin wirklich ich habe es wirklich nur heruntergeladen weil ich es ja letztens wieder gelöscht gehabt weil mein speicherplatz voll war aber er müsste jetzt eigentlich ich habe ja fortfahren gedruckt mein spielstand haben fünf 20 doch dass das war super mit sammeln und was ist hier auch sammeln hier haben wir das weiter speeltag erst das haben wir und wir haben da noch ein Geschenk oh, muss ich abholen vom letzten Mal 35 Minuten welche Leute schicke ich los oh, ich bin zu schwach immer noch zu schwach ja da ist ein Geschenk oh, hier steht 14 Tage, 5 Euro oh, hier habe ich was das ist meine Heilabend die beiden haben noch nichts ach, die drei, der nicht und die beiden nicht und die muss ich noch aufleveln um ein Level da ist noch eine Quest ach ja, die sind gar nicht, genau da haben wir hier Quester gut ähm, ich überlege gerade wo waren die Daily Quests das war hier, ne ja, genau dann fangen wir mal an und hauen die ganzen Quests hier durch ich verbessere den Skill 1 belegen wir hin einmal Skin ok, haben wir gemacht Beginn 4 Expeditionen 4 das wird knapp ich habe so wenig Leute dafür ich habe so wenig Leute dafür schwere Gegner aber schon einmal geschafft oh, das wird schwer ich bin gerade mal bei 8600 und ich glaube da stand 14.000 brauche ich und wo ist denn der Sound hin? da ist er doch bisschen zu laut ok, schon viel besser der Boss der Boss jawoll da 14.000 3 Sterne aber gut das wird nutze Energie erst kriegen wir gleich so die Dingens bekämpfen auf den Abenteuermodus besiegt öffnen hm hey, das wird getreten unfair hey, das wird getreten das ist das ist das Duell mein Held gegen ein Boss sieht gut für mich aus die holen die holen noch einmal weg die 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 Kassenhaus. Schäden. Das ist doch Schäden. Drei Truhen öffnen. Ich muss noch drei Truhen öffnen. Wie teuer war das? Boah, dummlich hab leid da. Also 2 musste ich noch öffnen. 1 2 Ne, ich glaub das war jetzt mal auch so gewesen. Beginn für Expedition, nutze 100 Energie, schau dir ein Video an. Nutze Erfahrungstrang, genau den brauche ich jetzt für die hier. Ok, jetzt auch 26. 2 Öffne eine Truhe. Truhe öffnen. Super. Darum ist das X. Und jetzt tausche Smaragd einmal ein. Smaragd einmal. Bitte 10 mal. Oder 100 mal. Ach, schon wieder einmal. Kämpfe dreimal in der Arena. Dreimal. Wird gebombt. Wir haben 8000, der hat 6000. Nehmen wir den. Mein Tagesziel ist erreicht vom Plus Deck. 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 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 6 8 7 8 9 9 10 11 12 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 100 9 12 9 11 10 10 11 11 US 11 12 13 12 13 13 Jawoll! Du Schmachreusblatt! Da ist so ein Alien! Da war ein Alien! Oh, cool! Jawoll! Eins! Müssen wir nach dem gehen... Auto einschalten... Happy Birthday! Unde... De-dee... Unde-dex... Untertitelung. BR 2018 Super, jetzt kommt der erste Boss. Auto einschalten, nicht vergessen. Okay. Schau mal, wie weit der kommt. Schau mal, wie weit der erste Boss. Das läuft ja richtig gut jetzt gerade. Okay, das war aber nur so vorbereitet. Okay. Okay. Ja. 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 Die Kanone von der kleinen hat er nicht ausgehalten. Schon wieder zwei Helden. Oh nein, der erste Tod von mir. Das heißt, hier hängen wir, also wir hängen zwar nicht fest, aber wenn wir drei Sterne beenden wollen, dann hängen wir hier fest. Also, wir hängen hier doch fest. Los, schaffst du noch? Nein. Oh, so ein Mist. Ich muss weinen. Eine. Und hier zwei. Schaffst du das? Nein. Gehen wir mal hier rauf. Lesen. Sammeln. Okay. Lesen. Sammeln. Okay. Lesen. Sammeln. Okay. Und hier gehen wir rauf. Sammeln. Ist okay. Ah, hier ist noch was. Sammeln. Luftschiff. Auch wieder. Luftschiff. Zu weit hochgefahren mit der Maus. Abholen. Das geht auch noch sechs Minuten. Bam, 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 bam. Ah. Super. Ein Mist. Äh. Arena. Hä? Ich krieg immer noch was. Da war noch nichts mehr, oder? Ach, die Truhe vielleicht. Jawohl. Dreimal kann ich die öffnen. Eins, zwei, drei. Jetzt gehen wir auf Helden. Oh, ja. Erstmal hier ausrüsten. Fördern. Geht noch nicht. Fehlen noch zwei Sachen. Da. Beförderung. Achso. Ja. Ausrüsten. Und die Beförderung. Jawohl. Ja. 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 Auf neun. Nein. Ich geh auf fünf. Jetzt hab ich noch sechs Stück. Ja. Ja. Den kann ich befördern. Jetzt ist der auch grün. kann ich den jetzt bis auf 26 hoch leveln. Fähigkeiten. Ja. Fähigkeiten. Wo war das? Levin. Hier war das. Okay. Die muss ich alle einmal auf 27 machen. öffnen. Okay. 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 Schön. Ausrüsten. Öffnen. Ferne. Öffnen. Ah. Haben wir jetzt schon gemacht. Das brauche ich glaube ich gar nicht. Haben wir hier noch was. Haben wir hier noch was. Queste weiter angucken. Schließt. Schließt drei heroische Quests ab. Seemission. Fünf haben wir erst. Bei der sind wir ja stehen geblieben. Ja. Die haben alle zwei Sterne. Der hat einen Stern. Aber er ist allerdings jetzt schon blau. Der hat auch einen Stern. Deswegen. Einen Stern erstmal rauslassen. Auto. 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 So. Das war's. Ach, ich bin wieder nicht. Nur zwei Sterne. Nee, nee, nee. Ich muss die Helden noch stärker machen. Oder noch stärker. Ach, die Nux28, so ein Mist. So ein Mist. Ich habe zwei, ich brauche 18, dann kriege ich einen Stern mehr. Expedition schon wieder fertig. Jawohl. Darf ich den machen, bitte? Hm, muss ich Level 30 sein. Drei Minuten, darf ich den? Hm, muss ich VIP sein. 35 Minuten. Ach, das dauert schon wieder so lange. Was ist das? Über die? Über 1900. Ach, ich muss aus Fünf-Felden. Na dann. Ah, okay. Kampagne, Händler. Ach je. Kann ich noch mal was mit einkaufen? Nein. Noch die beiden. Gut, dann gehen wir in eine Kampagne rein. Wir kommen ja noch weiter. Ich spiele jetzt bis zu den einen Boss dahin. Wenn wir so weit noch kommen. Ansonsten kämpfe ich gleich gegen irgendwelche Alten. Mhm. Nein, der ist gleich wieder down. Okay, greift jetzt den anderen an. Schon mal gut. Ja. Drei Sterne. Auch cool, ja? Jetzt drei Sterne und der Erfolg nur zwei. Das ist halt so, ne? Mal gewinnt zu und mal die anderen an. Ah, das war Mist. Der war's. Boah, der haut aber rein. Oh, hier ist schon wieder ein Kapitel vorbei. Das ist jetzt Kapitel 4. Der Kämpfer gegen den ersten Boss, Kapitel 4. Ja. Ach, jetzt kommen Untote. Der Kämpfer gegen den ersten Boss. Oh, das ist ja so. Na gut. Dann haben wir jetzt die eigene Quest schon mal fertig. Fangen wir hier an. Ein Brief. Die Quest ist fertig. Und... Wir brauchen noch eine Mission. Aber ich will noch schnell die anderen Sachen alle ab. Oh, oh, die kriege ich glaube ich einen neuen Stern. Und... Oh, schön. Oh, ich will noch mal. Oh, ich will noch ein bisschen. Oh, ich will noch mal. Oh, genau. In der ersten Zeit. In der ersten Zeit. Oh, ja. Ah, maximale Schale, aber bei der hier, 11, ach ich brauche nur 30, das brauche ich bei den, das dauert auch noch 8, und der, habe ich nur 3, 9, 10 habe ich, 1 habe ich, 11 habe ich, und 2 habe ich, 0, und 2, na dann, da war jetzt noch ein Kampf, gehen wir mal zurück zu Dania, das sind alle blau und 3 Sterne, ah, widerlich, probieren wir das mal so, 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 down, das meint ja, wenn der Tank da ist, fehlt der Schaden, ne, 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 auf, wir formaten die Quest jetzt so fertig, so, die kann ich nicht machen, die möchte ich nicht machen, nutze 100 Energie, 100 Energie, bis später auf 300, dann 400 und so weiter und so fort, ähm, Expedition, da muss ich jetzt warten, bis hierhin vorbei ist, das dauert noch 40 Minuten, ich kann auch mal die Truhen hier, aber so viel Diamanten habe ich gar nicht, vielleicht kann man ja auch diese Truhe aufmachen, so, da kann ich sogar mit 3 Leuten kämpfen, mal schauen wie das wird, weiß die kleine Spinne, mach ich einfach, ich kann doch mal die Zeit nicht festlegen, ich kann ja ich einfach, Und, ja, da liegt die Spinne. Kastenlos öffnen. Nein, 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 nein. Kämpfen, die gleiche wieder. Fähigkeiten. Elisa, die Beewa. Boa, nice. Oh, das sind so früh. Jetzt aber. Truhe öffnen. Ja, schön, jetzt haben wir zwei weitere Truhen geöffnet. Schauen wir mal, ob das auch dazu zählte. Oh, es ist 8 und 11 Uhr. Ja, zählte dazu. Jetzt noch zwei weitere Truhen. Ach nee. Das können wir ja noch machen. Energie verbraten. Ich glaube, dann machen wir den hier. Denk wieder raus. Nehmen wir den mit. Hm, warte mal. Danach probiere ich was anderes aus. Ich muss ja danach sowieso noch mal kämpfen. Zweimal auf jeden Fall. Dann nehme ich nämlich den da oben raus. Boah, eine Sekunde vor, als sei er erst gestorben. Das kann doch nicht sein. Aber wir probieren jetzt sowas aus. Wir nehmen den raus und nehmen mal den mit. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Mal sehen, was sie noch jetzt nicht wahr sein. Nee, nee, nee. Schauen wir mal. Aber es sieht so, als ob wir die Quest haben. Wirst du, das meinte ich, es geht jetzt weiter. Ich glaube, ich habe die letzte Mal bis 300 gespielt. Oder 400. Na, egal. Drohnen, müsste ich noch zwei öffnen. Tja, guck mal, da habe ich alle, wird ab Team Level 29 verfügbar, mir fehlt noch ein Level, dann kann ich hier spielen, mh, ärgerlich, aber ich brauche ja nur die Truhen, also, schau mal, hier kostet eine 85, nehmen wir, und noch eine 85, nehmen wir, ok, haben wir jetzt beide genommen, und die Quest ist weg, fertig, wie ich es angucke, mache ich jetzt nicht, und, das wird immer mehr, beginn der Expedition, können wir mal nachschauen, aber, soweit ist es ja, glaube ich, noch gar nicht, das ist noch alles einsammeln, hier, Arena, äh, die Ferne, die Kämpfe, und, ok, da könnte ich noch zwei Kämpfe machen, ach, nächstes Kampf werde ich verlieren, Lüftschiff, wie lange müsste ich noch warten, für die, andere Expedition, dauert noch 20 Minuten fast, und danach 6 Stunden, also würde ich sagen, bewegeln, ich schade, dass ich die nicht so starten kann, ein Charakter fügt nur noch, ein Charakter, ein Charakter, erstellen, erstellen, eine Reihen und hier auch eine Reihen und hier auch eine Reihen. Ja, ich bräuchte noch einen Charakter ab Kapitel 8 Strich 10. Hier ist noch ein 10er, 2 Strich ab 4 Strich 1, ich habe 1, ich brauche 9, das geht eigentlich. Vielleicht aber am nächsten Mal, vielleicht am Morgen die Quest auch wieder dran, dann jagen war, machen wir eine Jagd auf Heidi, den Affen. Gut, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tick noch abholen und Tschüss.